liebe sinneswald freundinnen und freunde ja in diesem jahr 2020 ist alles ganz anders wir hatten uns eine schöne eröffnung natürlich im steinbruch vorgestellt aber der corona virus lange bevor es ihn gab haben wir schon das thema glück festgelegt zum glück also glück hat in der deutschen sprache zwei grundsätzlich unterschiedliche bedeutung einmal das glück die glücksempfinden die glückseligkeit und auf das kann andererseits der glückliche zufall 70 künstler haben wir gefunden die trotz dieser krise mitgemacht haben sie haben diese ganzen facetten sehr einfalls reich umgesetzt natürlich sehr positiv ist ja das glück aber auch es gibt auch negative beispiele und natürlich auch den corona virus zum beispiel zum glück bin ich noch nicht weg vom fenster oder eine palette mit klopapier glück ist wenn man alles hat die für den dritten mai geplante eröffnungsfeuer kann ja nur leider nicht stattfinden stattdessen gehen wir jetzt hier und haben den netten alexander klünsch gefunden der ein lied komponiert hat über das glück dass ihr gleich hören könnt und dann werden wir nachher noch alle zusammen singen das aber später ich hatte witsche braun und wolfgang brudes schon vor wochen für die vernissage ein kleines liedchen übers glück versprochen doch scheiterte ich fast man ahnt es vielleicht schon an den ersten zeilen an der definition was ist glück meine tochter sagt glück sei statt matte hitzefrei in latein und in englisch reich zum glück glatte zwei meine oma hat eine ganz andere welt anschauen sie sagt junge glück ist eine geregelte verdauung mutter meinte glück ließe sich einfach wohl ermessen die familie komplett und heil zu haus beim abendessen mein chef ist glücklich wenn am ende die bilanzen stimmen ein triathlet erfährt sein glück auch beim laufen und beim schwimmen glück sind nicht sechs zahlen abends im tv glück ist schon das lächeln einer hübschen frau glück kann auch das lächeln eines netten herren sein glück ist nicht alltäglich wenn du glück hast hast du schwein in selbstverständlichkeiten bleibt das glück ganz gern versteckt drum darf man froh sein wenn man es für sich darin entdeckt drei mahlzeiten am tag bei mir sind es auch mal mehr familie arbeit freunde schau mal her es ist gar nicht schwer ein freier parkplatz in der city und der parkscheinautomat kaputt ein waldspaziergang früh am morgen ja das tut so richtig gut ein montag frühgefühl beim aufstehen und merken dass ein samstag ist ein altes foto finden was man schon so lang vermisst das lieblingslied im radio wenn man mag ganz laut ein sommertag im freibad die warme sonne auf der haut ein neues buch die füße hochgelegt so ganz in ruhe soll ja frauen geben deren glück sind schuhe glück ist die erste flocke die vom winter himmel fällt glück ist der sonnenstrahl der einen grauen tag erhält ein ganz großes glück bedeutet für mich kinder lachen glück ist anderen menschen hin und wieder freude machen glück wird größer wenn man's teilt auch wenn es nicht lang verweilt glücklich ist wer vergisst was nicht mehr zu ändern ist glück lässt sich nicht leicht erzwingen das glück liegt auf den kleinen dingen man ist seines glückes schmied nicht nur wenn man hufeisen sieht doch genug sei nun vom glück gesungen ihr endet nun ein stück lächelt macht die augen auf und findet euer glück was für ein glück dass es den sinneswald in leichlingen gibt hierher haben vitsche braun und wolfgang brudes wieder zahlreiche künstlerinnen und künstler eingeladen sich mit dem thema glück im jahr 2020 auseinanderzusetzen das finden wir großartig gerade in diesem jahr wir hoffen dass der park bald geöffnet sein wird und sie nicht nur virtuell hier sein können sondern auch live und dazu wünschen wir in der gleichlichen stiftung der kalspargasse köln viel vergnügen glück das ist so ein allumfassendes menschheitsthema wie die liebe aber so allumfassend wie es ist so individuell ist es am ende auch denn jeder hat ja eine andere empfindung bei dingen die ihn glücklich machen oder die das glück bedeuten und deswegen bin ich so gespannt auf die diesjährige ausstellung im sinneswald genau zu diesem thema und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen künstlerinnen und künstlern und bei den veranstaltern die diese tolle ausstellung wieder zu recht gebracht haben wir sehen jetzt viel glück und viel segen auf all unseren wegen gesundheit und frohsinn sei auch mit dabei zuerst singen alle den kanon gemeinsam und danach zeige ich die einzelnen einsätze an zweiter dritter und vierter stelle und jeder der sich motiviert fühlt setzt an der stelle ein viel glück und viel segen auf all unseren wegen gesundheit und frohsinn sei auch mit dabei wir glück und viel segen Keep tight und viel segen soll Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018